Eine französische Schriftstellerin, Simone de Beauvoir, hat einmal gesagt, der Grad an Menschlichkeiten einer Gesellschaft ist auch daran zu erkennen, wie diese Gesellschaft mit den älteren Menschen umgeht. Ältere Menschen werden oft Pflegefälle und deshalb müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie die Pflege dieser älteren Menschen verbessert werden kann. Aber es geht nicht nur um ältere Menschen, es geht ja auch um viele andere, die krank sind, die in den Krankenhäusern auf gutes Pflegepersonal angewiesen sind. Auch sie wollen nicht einfach so behandelt werden wie irgendeine Ware, sondern sie wollen auch liebevolle Zuneigung. Das geht aber nur, wenn Pflegepersonal ausreichend da ist und wenn das Pflegepersonal auch gut bezahlt wird. Es ist nun einmal so, die Menschen, die genügend Zeit auch außerhalb der Arbeit haben, nicht zu viele Überstunden haben und die gut bezahlt sind, die können besser mit den Menschen umgehen, denen sie helfen sollen, die sie pflegen sollen. Und deswegen sagen wir, nicht nur wirtschaftliche und finanzielle Gründe zählen, auch menschliche Gründe. Und menschliche Gründe verlangen, dass wir viele Pflegekräfte haben, ausreichend Pflegekräfte haben, die auch gut ausgebildet und gut bezahlt sind. Zuneigung Untertitelung des ZDF, 2020